Herzlich Willkommen zur 2016 ALHF U20 Rechtmeisterschaft zum Anwaltspiel zwischen Kasachstan und Italien. Herzlich Willkommen zum Anwalt Team Kasachstan. 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 2. Gold für Team Kazachstan Sport5, Player No. 15 Big Mohan Bennett, Toyo Japan 1. Gold for twice 3.maids Schiff 2. Gold for twice Das ist Team Kazachstan bester Spieler von Team Kazachstan. Spieler Nummer 7, Alika Azento. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020